Fuck, ich hab vergessen aufzunehmen Dein Ernst? Ja, ist okay, ist okay, ah fuck Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Let's play Clash of Clans Heute mit dabei MediaTV Player Geddon Und der liebe Badum Moinsen Jo, wir haben heute die One-Click-Challenge mit euch vor Und ich würd sagen, einer von euch kann jetzt erklären Um was es nochmal genau geht Ja, ich mach das nochmal Reißen mit Barge an, versuchen möglichst viele Sterne zu holen Wenn die Sterne gleich sind, kommst du auf die Prozentzahl an Ohne Helden, ohne Zauber, ohne Clamburg Genau Jo, jetzt darf nur einer von 3, 2, 1 runterzählen Und dann geht's auch schon los 3 2, 1 Fuck Fuck, ich hab vergessen aufzunehmen Dein Ernst? Ja, ist okay, ist okay, ah fuck Scheiße Was ist denn jetzt? Ja, ich hab grad erst die Aufnahme gestartet von Clash of Clans Sollen wir den jetzt angreifen? Ja, wir greifen den an Ja, okay Würde ich auch sagen Ich würd sagen, wir greifen den an Hundertprozentig Ja Nein, nein Komm, komm Komm schon Komm Aber das muss ich, wenn ich das nicht hinbekomme, ey Dann bin ich der größte Duop Scheiß auf Erden Ja Ich weiß schon was, was in Trost kommt Ja, ich auch Ich auch Ich hab schon Ey, wer das? Nein, ne riesenbubbe Fuck Oh nein Fuck, das kann ich doch Oh man Nein Was nehme ich denn jetzt wenigstens auf? Ja gut Nein Was? Das kann doch nicht wahr sein, Alter Wieso geht Scheiße, Mann Oh nein Ich komm schon Ich find so blöd, dass wir keine Helden verwenden dürfen Das ist ja alles wirklich blöd Das ist eigentlich das Beste an Barge Also Ne, ich hab Vor allem Dress gehalten Oder wenn man Barge nimmt Mit einem Wutzauber oder so Was hat denn der jetzt die ganze Zeit? Aua So, nimmst du jetzt auf oder nicht? Ja, ich nehme jetzt auf Ich nehme Ich nehme Wobei, das könnte sogar noch was werden Nice Kommen wir das jetzt machen So gut Tone kann ich ja auch nehmen, aber ich Clash of Clans startet dann so ein bisschen später bei mir Hey Richtig verschissen hier Boom Das komm schon Keine Ohne die Helden rock so halt echt nirgends durch Ja Bei mir wird's auch nix Oder geht auch nix Du kommst du kommst, kommst du kommst Nein Fuck man richtig verkackte Angelegen Weil die scheiß Minenwerfer die räume halt komplett alles weg es ist ja also mein angriff wäre jetzt vorbei meiner ist ja ist auch vorbei die helden gehabt hätte ganz drei sterne geworden ja aber easy drei sterne seid jetzt alle fertig mit euren falls ja ich bin jetzt ja okay da würde ich sagen machen wir jetzt einen kleinen cut und sehen uns dann meine truppen wieder fertig sind bis gleich so meine lieben freunde wir sind wieder da und wer hat es hier diesmal runter ich also 321 go komm schon das kann doch nicht sein dass er jedes mal so viel glück hat es geht erstmal die toten gebäude außenrum mit würde ich sagen direkt zwei ausgelöst wo sind denn die hier da unten ist für den ausbau das ist auch sehr schön yolo 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 kann man erstmal reinlaufen von der hashtag yolo bomb ja direkt hashtag hier hat es auch die hashtag yolo bombs komm schon komm schon komm schon ich bin irgendwie übelst der ruhige angreifer die ganze zeit so ja hier die riesenbomben kommen schon und ich die ganze zeit einfach nur übel konzentriert dass ich meinen angriff nicht verkacke man ja ich das sieht sogar nice aus das sieht sogar nice aus wenn die dumm dämlichen truppen jetzt gut laufen würden komm schon komm schon bitte bitte ich habe einen schaden ich habe doch die minenwerfer kaputt diese minenwerfer sind unglaublich und 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 mach putt mach putt mach putt warm junge bitte 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 ah diese fuck ja ich glaube das wird nichts gescheiß es ist so peinlich dass ich gegen den gegner verloren hat also mein angriff wäre jetzt fertig und nein einfach oh mein gott bitte 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 das wird so hart knapp diese minenwerfer ich oh mein gott hast du die ich hasse so wieder truppen nachmachen schon alle fertig oder dauert es noch ja ich bin fertig doch ich bin auch fertig nice auf jeden fall der markatur machen den strich durch die rechnung also heißt du bist auch fertig ich bin auch fertig okay dann machen wir jetzt noch mal einen kleinen cut bis die truppen wieder fertig sind so jetzt sind wir bei der letzten runde angelangt und jetzt würde ich sagen darf man noch mal von drei bis 1 100 zählen ich habe jetzt die ehre ja 321 und ich weiß nicht was hat der für eine klaren burg alter mir ist die klaren burg leer ich glaube ich weiß schon wer trinken muss yolo 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 komm schon ah da war glaube ich eine riesenbombe und schon kommt schon bitte macht jawohl kann das es werden ich glaube nicht du sechs leck schon wieder mal geil geil geht es eure komm schon wieso laufen die denn da lang hätten die nicht diese mauer kaputt machen können so na gut ich glaube na egal ich bin fertig das wird leider nichts ich bin nicht fertig so jetzt müssen wir ihn fertig wir müssen jetzt hier irgendwie not macht doch das macht doch kaputt nein nee ich will mich verarscht ich brauche jetzt notfallplan hier genau vom rathaus vielleicht drei live points übrig geblieben ja ich bin einfach wieder komplett ruhig ich will diesen ich noch nicht okay ich lasse kurz nur meine trug noch auslaufen aber eigentlich bin ich fertig bitte bitte man scheiße so ja ich probiere noch prozente zu holen falls es auf sterne ankommt also auf die prozente ankommen ja dann macht es okay so ja eigentlich fertig ja also ich will also ich bin jetzt auch fertig also sind wir jetzt alle fertig fertig drei angriffe die bestrafung sagen oder ja mal bestrafung genau ja machen wir also ich bin gar nicht fertig ach so warte ich dachte ich dachte es wäre vorbei aber ich ja wir können trotzdem erklären ich dachte mir verschießt noch einmal rauf aber naja ich bin ich bin zu ja auf jeden fall uns überlegt als strafe gibt es also der verlierer der dritte und vierte muss also die müssen ein becher voll sprite mit kakaopulver trinken lecker richtig das ist bestimmt sehr eklig das glaube ich auch ja ok jetzt seid alle fertig ich freue mich dann wie machen wir das gesamtsterne mal sagen wie viel wer hat die gesamtzahl an sternen nach den drei angriffen ok ok auf wir haben wir anfangen oder alle gleichzeitig ja lass uns nachher machen ja dann sagen wir anfangen oder warte die mediatoren schlafen äh 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 ja 100 pro wenn ich sage lachen an was ist denn Roman äh ich glaube sie was dein ernst ich habe sieben sterne ich habe auch vier ich habe auch vier ja ok jetzt dann zählt ihr dann müssen wir 30% insgesamt sein ok du kannst das auch vor allem einmal durchstellen du kannst das auch vor allem einmal durchstellen du kannst das auch machen jetzt gut ich habe 10 ich habe 193 ich habe 191 ja 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 ich habe hier 150 oder 160 ja 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 ich muss noch ein ja ja go also also Dennis verloren ich habe auch verloren du hast wie viel? 191 191 191 2% weniger boah hier we go zum ersten mal dass ich meine in meine One-Kick-Serie verliere 2% und ich bin der Kaliber mit Ohr oh nein Thomas ja jo dann äh seht ihr wohl den Dennis und mich dann nicht direkt in den Rachen ja ich auch ich freu mich schon so und freut euch auf die Kaliber jetzt auch ja auf jeden Fall ansonsten checkt bei allen Kanälen vorbei und jo ansonsten ich wünsche euch einen schönen Abend und es wird irgendwann und ja jo tschau tschau